Prozent auch guck mal da war gerade ein Lebensbalken rechts hinter der Wand der hat jemand der Mensch gekriegt irgendwas wahrscheinlich kommst du da noch hin hier ist ein Feuer ne was ist das denn da sitzt einer da ist der Solaire warum oh es steht 2 zu 0 durch Helder Postiga ich weiß gar nicht wie ich getippt hab 3 1 hier ist noch drin der sucht irgendwas der Junge hier ist ein Feuer und jetzt weiß ich warum man den Ring gekriegt oh ja aber darin stehen bleiben will ich irgendwie trotzdem nicht da ist nix vielleicht kannst du da auch den sehr wahrscheinlich was ist das denn da sind dann wieder die Typen mit dem dicken Hammer für mich aber jetzt nicht mit in der Lava mit denen kloppt ne weil die Staten Alter what the fuck ach wir sind jetzt hier ganz unten was sind das denn für Riesenviecher Alter Lost Isar Leaf what the fuck wie groß sind die denn ich wir fehlen die Worte da ist ein Item hehehe meins das sieht aus wie hinten yep ach Mist oh fuck jetzt nicht wieder zurück auf den Weg nein das ist ein Scherz hä kommst du nicht drauf das ist aber echt ein Witz ich würd sagen links rum gehts weiter oder da da geht aber gefährlich nur an den Biestern vorbei ja keine Ahnung was er ist ach mein Fuß schläft gerade ein kannst du dir noch ein bisschen weiter nach rechts holen ne ne so ist perfekt da was ist das denn da ob die das stört wenn ich einfach mal dahin rushe wie das Gefühl die sind gar nicht dazu da um gegen die zu kämpfen ja ich glaube die sind mehr dazu da um Angst und Schrecken zu verraten man muss sagen das können sie ganz gut ach die wieder hei ok dann läuft scheiß okay vergessen eine grüne truhe habe ich aber auch noch nie gesehen soul of a great hero hier gibt wahrscheinlich ziemlich viel seelen ja snapper spot am arsch ich mir jetzt nicht so viel daran und hier sollte eigentlich vorne sein ich glaube die können nur trampeln kann das sein roundhouse kriegs gar nie also wieso hat mir gerade so viel damage gekriegt oder von Kostet mir so vor, als würdest du gerne pausieren. Wäre auch nicht schlecht, ich bin auch sehr verwirrt, wo wir hin müssen. Dabei haben wir heute eigentlich wieder ganz guten Progress gemacht, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Wir sind irgendwo festgehangen. Bosse ging auch ganz gut. Was ich hier nur relativ ätzend wieder finde, ist, das ist alles so rot leuchtend und ein bisschen obdische Abwechslung im Spiel. Bisschen ruckelig. Ja, das schon, ja. Das ist echt zum Kotzen. Also hier ist ja nur ein, ich... Ja, geht ja nur hier lang. Gut, die großen Viecher sollte man vielleicht doch in Ruhe lassen. Heute ist nix. Lost Isarly, das haben wir noch nie gelesen. Also verstehe ich, dass ich jetzt erst noch einmal probieren möchte ich. Ja. Ich würde zumindest mal wissen, wo ungefähr der Weg ist, den man langlaufen muss. Ja, volla. Und das sind jetzt, wenn man nach runterfällt, muss man wieder ganz zurück. Du könntest auch einfach nach vorne laufen. Nach vorne? Warte mal, zum nächsten. Ja. So wie jetzt. So, da kann man runter und dann da. So, was macht mir denn dieses komische Gebäude hier? Wahrscheinlich nix. Man muss wahrscheinlich zum nächsten da hinten. Ja, das würde ich auch sagen. Ach, Mist. Ah, hat noch geklappt. Vielleicht ist es sogar besser, rechts rum zu gehen, weil du dann nicht direkt an so einem Ding vorbeilaufen musst, wer weiß. Ich habe da auch noch keinen Weg gesehen, der da gerade ausgeht. Ich gehe mal davon aus, dass man... Doch, ich sehe von hier aus. Naja. Ich weiß nicht, meinst du, ob man da komplett ohne Kampf durchkommt? Das wäre echt krass. Sieht mir da noch aus. Hau die. Der versucht wohl, die mit dem Bogen kaputt zu machen. Ein Item. Oh, Twin Humanities. Nice. Einmal kindlen für umsonst. Na, jetzt da runter. Hm. So. Naja. Oh, dich hätte ich fast wieder übersehen. Oh, dich auch. Einer hat sich bewegt. Oh, da ist ein geschlossener Turm. Und vielleicht hätte man gar nicht runtergemusst, aber oben habe ich jetzt auch keinen Weg mehr gesehen. Ich sehe... Ich sehe hier unten keinen, vor allen Dingen. Wo ist denn da so ein... Ich glaube, der hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Das Ziel, wo man hin muss. Da hinten? Das würde mich ein bisschen überraschen. Sieht mir nämlich so aus, als wäre da hinten nur noch so eine Wand. Ja. Oh, oh. Sehr schön. Tja, dann ist halt die Frage, wie ich da wieder hoch komme. Verdammt. Zurücklaufen. Aber das ist ja nicht so weit gewesen. Nee. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht so weit, weil man da hoch muss. Ja, aber wie denn weiter geht, ist ja echt die Frage aller Fragen, ey. Ja, hier ist es uns nix. Guck mal nach links kurz. Ein bisschen weiter nach rechts. Rechts. Da sind zwei Items. Das ist vollkommen recht. Aber wie man hier weiterkommt. Nochmal auf den Steg. Moment mal, da hinten ist doch ein Gebäude. Da. Ja, so eine Brücke. Da. Da kommt man hoch. Ja? Da, ne? Da unten. Da unten hoch. Da hoch. Und da dann hin. Also, einmal in die Richtung rennen. Wieder hier hin zurück. Und dann abmarsch. Okay. Ich denke mal, der da wird ziemlich böse werden. Ich fürchte ich auch. Da kommst du mit Sicherheit nicht hoch. Ich mach dich tot. Ach nee. Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Okay. Also,